Die musikalische Erbauung für den 23. Januar 2022. Namenstag für Hartmut und Eugen. The town ain't picking up for both of us. Sparks. Warne die 1970er, 1974. Und da, naja, da gab's das Rollenmodell. Eine Frau, ein Mann. Und die Russell-Brüder aus Los Angeles, die waren der Ansicht, ist da ein Kerl zu viel bei einer ihrer Frauen, dann ist für den kein Platz mehr in der Stadt. Und Los Angeles ist schon ganz schön groß. Sparks. This town ain't picking up for both of us. Ist gut. Wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein. Hör's dir an. Und der Tag ist dein.